Okay, laufen wir schon? Okay, einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Captain Peng und das ist Moritz. Ich bin Haken von Delphi und wir versuchen zu freestylen. Auf dem Traumzeit-Fest zu ziehen. Yeah, Traumzeit 2015 Festival. Ich mach alles das, was deine Schwester will. Wenn sie sagt, ich soll jetzt anfangen zu schweben, versuch ich das eben. Ich hab ja nur sieben Leben und in allem könnte ich's lernen. Schau mal, wie das geht. Ich versuche es, doch ich merk, dass ich immer noch stehe. Das ist ja noch nicht so richtig schweben. Ich versuche es zu drehen und ich glaub, ich werd es erleben, wenn ich immer weiter versuche. Am Ende kann ich es. Was ich sagen will, ich glaube, ich erfand es mal vor 700.000 Jahren. Ich hab es bereits vergessen. Ich glaub, ich muss die Enkel fragen oder die Erben, die noch hinter mir sterben. Was ich sagen will, ich glaube, ich will was bewerben. Und zwar ein Produkt, zum Beispiel einen Softdrink. Das wär doch sehr nett. Ich glaube, dass ich oft trink, aber keinen Alkohol, sondern andere Substanzen wie zum Beispiel Polen. Ich habe Polen ausgetrunken und ich glaube, ich muss es aufholen. Was ich sagen will, ist einfach. Ich glaube, ich bin am Ende des Tages nur einfach, in dem Dinge sind. Und ich ziehe mich raus. Wenn ich da reingucke, dann seh ich da drin sehr viel Applaus. Geh mir zu applaudieren. Ich sage nein, hör damit auf. Ich bin alles, was ich sagen will. Ich glaube, ich baue ein Haus, in dem ich selber wohnen kann. Und dann ziehe ich aus auf das Land. Und dann nehme ich langsam mein Lauf und Rennen über Wasser, über alles, wo ich hin kann. Was ich tun will, ich glaube, ich bin jetzt ein Schrank. Früher war ich ein Fach, jetzt bin ich ein Schrank. Ich mach mich auf. Ich ziehe mich um. Und dann gehe ich am Ende doch wieder raus aus dem Haus, in dem ich wohnte. Was ich sagen will, ist Bogenstoff. Ich glaube, ich mache immer Weifel, denn ich bin gebogen. Und unsere Kone, oder auch komplex, oder konvex, was ich sagen will, ist eigentlich simpel und nicht so komplex. Naja, egal, kaum Zeit festen will, ich glaube, ich bleibe dann doch mal ein Regal.